Hallo meine lieben Freunde der hämmernden Tasten, willkommen zurück bei Skyrim. Ja, wir sind ja immer noch in dieser Glutsplittermine, ich glaube so hieß das Ding. Und wir haben, es ist ein Banditenversteck, wir haben jetzt glaube ich schon vier Banditen getötet. Und mal schauen, was dieser Laden hier noch so für uns bereithält, was für Gegner. Das war glaube ich gerade Fender, hier können wir schon mal rübergreifen. Oder kann man da noch versuchen reinzukommen, was kann man denn hier lernen? Hell sehen, konnte man das nicht schon? Naja, mal gucken. Erstmal kurz hier rumschauen. Noch ein paar Pilze mitnehmen. Wer denn jetzt? Auf der? Los geht's. Ja, also ich muss sagen. Gut, das war jetzt bloß ein einfacher Bandit, aber... Oh, Schlüssel zu Glutsplittermine. Ich hab... War sogar richtig, was ich gesagt hab. Nee, dann brauchen wir keine Rüstung. Sind wir bestens ausgestattet, dann bleiben wir erstmal dabei. Jetzt, der eine ist jetzt natürlich kein Beispiel für viele, aber trotzdem. So, wir nehmen das Buch jetzt erstmal. Bam, ba-dum, ba-bam. Runde, 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 runde. Hellsehen. Mal erlernt. Funken. Können wir schon. Von daher kannst du bereits. So, ein Hellsehen war im Prinzip... Wir hätten es gerade eben durchlesen können. Da. Zeigt den Weg zum gegenwärtigen Ziel. Aber da hier drinnen kein Ziel ist, bringt es uns hier nicht viel. Das können wir dann ein andermal testen. Was haben wir hier drüben? Es ist gut, dass wir jetzt hier diesen Schlüssel haben. Fendal, bitte. Dankeschön. So, weiter geht's. Ah, den hab ich komplett übersehen, den Typen. Wir müssen natürlich auch aufpassen, ob die hier noch ein paar Fallen haben. Wenn die schon zu Beginn eine Falle aufgebaut haben. Drüben ist eine Brücke. Ich glaub, da hinten links sehe ich einen Gegner. Geldbeutel. Da hinten. Mal gucken, ob wir den treffen. Fendal, jetzt ist keine Zeit... Keine Zeit für Smalltalk. Ach, verdammt. Das war nicht genug Schaden. Ah. Hat das jemand mitbekommen? Nö, ne? Wir nehmen einfach nur das Gold. Wie viel können wir eigentlich aktuell tragen? Nicht mehr viel, okay. So, lasst uns mal kurz hier ein bisschen geduldig warten, ob hier auf der Brücke gleich wieder die Person vorbeikommt. Der hinten war ja auch noch eine gewesen. Aber es ist recht dunkel, finde ich hier. Das Witzige ist, bei euch dann auf YouTube sieht alles ein bisschen heller aus. Also, ich hab, ich hab das auch gesehen, welche Folge waren das? Einen Moment, jetzt kurz konzentrieren. Verdammt. Musste sie denn gerade in dem Moment losrennen? Was denn für Spielchen, mein Freund? Nichts mit Spielchen. Ne, welche Folge war denn das gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Da sind wir gerade aus dem Beweislauf los. Hatten wir aber auch schon das Banditenversteck. Wir waren gerade auf dem Weg zu dieser ersten, äh, zu dem anderen Banditenversteck da auf der Brücke. Und da, sag ich, höre ich, äh, die Wölfe jaulen. Wo sind denn hier die Wölfe? Wo sind denn hier die Wölfe? Und ich hab die echt nicht gesehen. Und dann in der Aufnahme sehe ich, wie die da einfach mal deutlich auf dem Hügel da oben stehen. Bei mir war das einfach alles ein bisschen dunkler als bei euch. Ich würde noch diese Gestalt da hinten interessieren. Ob die jetzt gleich nochmal kommt, oder... Aber lasst uns jetzt einfach mal weitergehen. Erstmal hier runter. Gut, wenn hier unten jemand wäre, der hätte das Ganze schon mitbekommen, glaube ich. Wir können hier natürlich auch gucken, ob wir hier lang schwimmen können. Und jetzt haben wir hier eine kleine Schmiede. Aber wir haben gerade nichts zum Schmieden. Aber es ist natürlich geil, dass wir hier unten sowas haben. Jetzt haben wir hier... Leichte Rüstung schmieden. Schmiedkunst verbessert. Wer sich gerne noch durchlesen möchte, wie... Wie gesagt, ich blätter mal ganz fix durch. Ihr könnt ja Pause drücken. So, das sind wir immer mit. Wie viel Gold haben wir eigentlich mittlerweile? Wir brauchen noch 1100 Gold. Dann können wir uns in Weißlauf eine Hütte kaufen. Und das wäre, glaube ich, nicht das verkehrteste. Aber hier irgendwas von... Was irgendwie Interessantes, nö, ne? Gut. Wir haben leichte... Leichte Rüstung jedenfalls verbessert. Ist auch nicht verkehrt. So, wir schleichen uns trotzdem vorsichtshalb voran. So ein Feuer-Adrenalchen würde ich echt nur in sehr brenzligen Situationen rufen. Wenn mehrere auf uns zu fahren. Aber bisher haben wir es ja eigentlich immer so hinbekommen, dass nur einer auf uns zugerann kam. Nö, nö, nö. Wo geht's denn jetzt hier lang? Hier ist nichts. Hier geht's lang. Aktivieren Fackelhalter. Nö. Die Hände warten doch noch jemand. Ah, okay. Gut. Ich glaube, ich hab's gecheckt. Ich glaube, hier hat mir jemanden gesehen. Und das war dann der mit dem, der dann aufhör... Fendal. Fendal. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Lass uns doch mal fort. Dankeschön. Geht doch. Der ist dann hier hintergerannt gekommen wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben wir uns da angegriffen. Das war dann der... Oder war der hier... Ach, ich weiß es doch nicht mehr. So. Wir sind einfach weiterhin vorsichtig. Ich glaube, das ist jetzt nicht so verkehrt. Was ist denn das hier? Okay. Okay. Ziel Himmels. War es das schon? Hier war es aber nichts mehr. Oder habe ich jetzt... Warte mal, nähe. Haben wir es jetzt? Das wäre aber ein bisschen wenig jetzt gewesen. Hätte ich das gewusst, hätte ich das doch noch alles in die letzte Folge gepackt. Okay. Geldbeutel, hier haben wir noch ein bisschen Gold. Das hätten wir fast übersehen. Aber so wirklich überwältigend. Hier ist noch eine Truhe. Ein bisschen Gold. Den goldenen Ring gucken wir nicht. Obwohl, der auch kommt. Nimm mal mit. Und so viel wiegt der ja nicht. Okay. Hm. Sehr verwirrend, aber hey. Und gucken wir einfach mal, wo wir da jetzt rauskommen. Aber hier ist nichts mehr. Ach, wir sind gegen die Kette gekommen. Ziel Himmelsrand. Ja. Waffen können mit einem Schleifstein Rüstungen auf einem Schmiedtisch verbessert werden. Hm. Hm. Jetzt hätte ich nochmal neun Minuten. Naja, wäre vielleicht dann doch ein bisschen zu lang geworden. Auch für die andere Folge. Ich möchte bei Skyrim, möchte ich schon bei den... Entschuldigung. Den Rest habt ihr nicht mehr gehört. Ähm. Ich möchte bei Skyrim schon gerne bei den... Wo sind wir denn jetzt? Bei den 25 Minuten bleiben. Ich weiß, bei... Witcher 3 sind wir mittlerweile... Ach, es steht da. Abgeschlossen. Okay. Bei Witcher 3 sind wir mittlerweile bei gut 30 Minuten angekommen. Aber ich finde, bei Witcher 3 ist es... Während das... Also 20 Minuten sind für beide Spiele einfach deutlich zu wenig. Hm. Ich glaube, bei 25 habe ich mich hier bei Skyrim recht gut eingependelt. Ich merke einfach, wie ich bei Witcher 3 irgendwie... 30 Minuten brauche. Ich fühle mich da einfach mit den Zeiten... Fühle ich mich da einfach bei beiden Spielen genau richtig. Also bei Skyrim 25 Minuten. Und bei Witcher 30 Minuten fühle ich mich wohl mit. Ich bin natürlich auch offen für eure Meinungen. Sagt's mir einfach. Wie ihr das seht. Aber das... Ich bin damit sehr zufrieden. Ach nee. Oh. Oh Gott. Nein. Ich will da nicht einbrechen. Entschuldigung. Ich bin schon weg. Tschüss. Verdammt. Ich will doch da nicht einbrechen. Ich war jetzt einfach so... Voller Elan. Einfach rein. Weil wir da bisher irgendwie immer reinmarschieren konnten. Aber anscheinend sind selbst die jetzt mal schlafen. So. Und ich möchte jetzt aber in Weißloft diese Hütte kaufen. Weil da können wir dann... Ich... Oh. Ich hasse diese Stelle. Es geht mir so auf den Sack. Ja komm. Will ich haben... Will haben. Will haben. Will haben. Meins. 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 Hi Fendal. Ne. Weißloft ist sehr zentral. Damit hätten wir immer so eine zentrale Stelle. Ja. Deswegen ist es auch zentral. Ah. Da ist noch eins. Noch eins. Nom 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 nom. Und man kann sich ja diese Häuser ja dann auch aufrüsten. Und da hätten wir dann auch viel Ablagefläche. Um zum Beispiel irgendwie mal die Bücher unterzubringen. Oder sowas zum Beispiel. Auch diverse Sachen einfach mal abzulegen. Die wir nicht immer mit uns mitschleppen müssen. Man sollte eigentlich vorsichtiger durch die Welt laufen, ne? Und immer mal wieder... Hi, wer seid denn ihr? Farmer. Darüber habe ich gerade geredet. Aber ich weiß, ich war an Helgen. Tut mir leid, ich brauche mein Gold selber. Hier, bitte. Tut mir leid. Ebenso. Ich schaffe... Jetzt habe ich gerade so ein bisschen daran gedacht, wir wollen ja auch ein bisschen eigensinnig sein in der Rolle von Aron, dem Agonia. Wie gesagt, wir brauchen auch das Gold, um uns da eine Hütte zu kaufen. Normalerweise hätte ich denen sofort das Gold gegeben. Aber irgendwie kriege ich es auch wiederum nicht so wirklich umgesetzt, da ein bisschen... ein bisschen Bad Boy zu sein, in Anführungsstrichen. Naja, wer weiß. Oh, da ist wieder der schöne... der schöne große... Seht ihr das auch? Was ist denn? Ist das ein Spinnennetz oder was hat da jetzt immer so aufgeflackert? Jetzt ist es... Jetzt, da ist es wieder. Was ist denn das? Wow, Fendai, bist du blöd oder was? Da steht der auf einmal vor mir. Ich glaube, es ist... Ich glaube, es hackt. Worauf ich eigentlich die ganze Zeit schon hinaus wollte... Wer raucht denn da unten? Ach, das Lagerfeuer. Man sollte immer mal den Blick nach oben halten, falls ein Drache kommt. Wir wissen ja, wie das ist, wenn der auf einmal auftaucht. Ja, gehen wir zurück nach Weislauf, würde ich mal sagen. Aber hier ist alles safe, wie ich merke. Und ich hoffe, dass wir irgendwie so viel verkaufen können, dass wir die tausend restlichen Münzen, die wir brauchen, da auch bekommen noch. Vielleicht auch eine kleine Mission. Vielleicht auch, wenn wir mit dem Baum da irgendwie... Und dem würde ich mich ja gerne mal ein bisschen kümmern. Vielleicht kriegen wir da auch ein bisschen Kohle. Aber das wäre jetzt eigentlich erstmal so mein primäres Ziel. Und hüpf! Hüpf! Jo, haben wir bekommen. Wäre jetzt mein erstes, also mein primäres Ziel, da jetzt ein Haus drin zu kaufen. Ich grüße. Ich mache mir Sorgen um die anderen Siedlungen im Fürstentum. Sie sind ungeschützt und kaum bewacht. Ein ideales Ziel für diese verdammten Drachen. Das ist sehr nobel und sehr nett von dir. Mach dir mal weiter Sorgen. Vielleicht findest du irgendwann eines schönen Tages, wenn du aufwachst, die perfekte Lösung. Die es aber, glaube ich, nicht gibt. Oder vielleicht sind wir die perfekte Lösung. Man weiß es nicht. Bergblume. Ey, wir müssen doch jetzt schon mittlerweile sonst wie viele Bergblumen haben hier. in den verschiedensten Farben. Hottuhü! Hallo! Na du! Hier, was ist denn los? Stelle von Weißlauf. Stein. Was können wir denn da machen? Reden, Fendal, Bergblume. So. Fendal versucht sich gerade echt in den Mittelpunkt zu drängen. Das ist schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm mit dir, Fendal. Schlimm, schlimm, schlimm. Na, wie ist die Luft da oben? Siehst du irgendwelche Drachen? Ach, ich wäre schon geil, wieder gegen Drachen zu kämpfen. Aber, naja. Jetzt sind wir erstmal hier. Wie gesagt, primäres Ziel. Weißlauf. Wohnung finden. Haus kaufen. Ihr lasst uns auch rein? Totenbeschwörer haben zu dritt? Gut. Man weiß es ja nicht. Die achten ja da drauf. Die Orks, auch bekannt als Orzima, leben in Orsinium, einem kleinen Bergkönigreich zwischen Hammerfell und Himmelsrand. Es wurde schon unzählige Male geplündert und wieder aufgebaut. Na ja, ist schon ziemlich mies. Lebst du zwischen zwei Königreichen und du weißt nie, wer dich mal als nächstes ausraubt. Jede Waffe und jedes Rüstungsteil kann bei einem Schmied verbessert werden, unabhängig vom Material oder von der Fert... Menno. Das wollte ich noch zu Ende lesen. So. Wir haben ja das aktuell als Mission ausgegeben, ne? Da halte dich mit Danika über die Zerstörung des Gültengrünbaumes. Also ist das auch das da oben, was uns angezeigt wird. Wahrscheinlich... Jetzt ist hier wieder dieses Insekt unterwegs, was mich hier angreift. Ja, war klar. Das war doch klar. Mal ein bisschen aus der Perspektive. Ich will mal ein paar Eindrücke sammeln. Wer? Wieso? Karte aktualisiert. Bruchbeinpass. Südöstlich, hat er gesagt, oder? War es jetzt südöstlich? Das wäre doch dann hier. Wahrscheinlich irgendwo hier hinten. Der Schattenstein. Grifton. Bruchbeinpass. Keine Ahnung, wovon er redet. Nördlicher, da haben wir doch. Hat er südwestlich gesagt? Ich war mir jetzt gerade nicht so sicher. Gut, so, falsche Richtung. Wir können wahrscheinlich da auch nicht rein, so wie ich... doch, Tempel für ein Kühneres. Entschuldige kurz diese ruhige Phase, aber... Mein Vouchy lag gerade, also liegt neben mir und ist auf einmal aufgeschreckt und das Insekt hat ihn nämlich angegriffen und hat ihn geweckt. Von daher, ach man, ey, ich muss das denn mal irgendwie jagen. So, wer fühlt sich hier besser? Willkommen, Kind. Willkommen. Dem Baum im Tempel... Ja, ist okay. Äh, seid ihr eine Brüserin? Hat der Sturm und Laufschau... Egal, also wir wollen erstmal was über den Baum... Och, wer stöhnt denn hier? Was ist denn hier los? Der gülden Grünbaum, ja. Ist nicht gerade eine Wohltat für die Augen. Das ist für die Pilger ein größeres Problem als für mich. Aber von denen verirren sich eh nicht mehr viele her. Wieso ist dieser Baum so besonders? Östlich von hier befindet sich ein verborgener Hain, der Ahnenschimmer beherbergt. Das ist das älteste Lebewesen in Himmelsrand. Vielleicht sogar in ganz Tamriel. Unser Baum hier in der Stadt wuchs aus einem Steckling jenes Baumes heran. Man kann in ihm immer noch die Pracht des Mutterbaumes fühlen. Selbst sein Name ist ein Echo. Gibt es eine Möglichkeit, den Baum wiederzubeleben? Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Bäume sterben nie wirklich. Sie verfallen nur in einen Schlummer. Wenn wir etwas von dem Harz des Mutterbaumes hätten, könnten wir dessen Kind vielleicht wecken. Aber selbst wenn ihr bis zu Ahnenschimmer vordringen würdet, könntet ihr ihn nicht anzapfen. Nicht mit normalem Metall. Wo finde ich den Baum? Ich... Nehmen wir mal... Welche Waffe? Ahnenschimmer ist älter als Metall. Er stammt aus einer Zeit, in der es noch keine Menschen oder Elfen gab. Um ihm etwas anhaben zu können, müsst ihr euch der alten Magie bedienen. Ihr werdet es mit Hexenraben zu tun bekommen. Ich habe von einer Waffe gehört, die dazu diente, Zweiglinge zu opfern. Sie heißt Nesselfluch. Ich habe schreckliche Angst vor den Hexen. Sonst hätte ich selbst danach gesucht. Ich besorge Nesselfluch für euch. Euer Geist ist stark. Künarets Winde werden euch auf euren Wegen leiten. Die Waffe befindet sich in einem Hexenraben-Nest namens Weisenfelsen. Okay. Bring Nesselfluch in deinem Besitz. Wir kommen eine Weltkarte. Wo finden wir das denn jetzt? Nesse... Ne, Weißfelsen... Wie ist das Ding jetzt? Gott, oh Gott. Durch was ist das denn dann gekennzeichnet? Oder ist das hier gleich in der Nähe irgendwo? Mal kurz... Ich muss das jetzt mal kurz überprüfen. Damit wir das vielleicht ein bisschen einplanen können. Weißenfelsen, nicht euer Ernst! Och nö Das ist doch nicht euer Ernst Da kommen wir doch gerade erst her Menno Naja Dann Wir müssen ja hier hoch Ustengraf Um das Horn zu holen Und dann auf dem Rückweg kommen wir dann halt da dran vorbei Okidoki So machen wir das Das Tabs der Winterkohl ist im Übrigen mein Vouchy Der jetzt komplett gerade dadurch Wach geworden ist Ein bisschen aufgelöst ist Durch das Insekt das uns angegriffen hat Schreiben von Kühnaret Aktivieren Alle Krankheiten geheilt Was ist ein Kühnaretzsegen Steige die Ausdauung 25 Punkte ist doch gar nicht so verkehrt So können wir hier irgendjemandem helfen Wir sind noch nicht mal losgegangen Das hast du doch mitbekommen Was denkst du wie schnell wir sind Oh Entschuldigung Das war nicht mit Absicht Hey hier ist kaum noch jemand Wach in der Stadt Ja bitte Ihr braucht etwas Oh wir können Ja ähm Wenn wir nichts mit der Ente angehen Oh Wir waren immer noch nicht da Menno Wir haben hier Kränklicher Bauer Bett Wir haben noch ein Buch Die Dichotomie Dichotomie Von Alduin und Akatosh Wer es lesen will Ich blätter mal ganz fix durch Vielleicht mag ich das dann auch irgendwann mal mit die Bücher in Ruhe durchlesen Aber Oh War das jetzt Diebstahl? Nö ne Dann haben wir noch das Lied von Was? Welches Lied? Das Lied von Pelinal Na war jetzt nicht so viel Aber das lassen wir jetzt hier mal liegen Wir können dir nicht die Bücher klauen Das war Band 2 Ja mal Band 4 Das ist einfach so geil Wie einfach mal Nichts vollständig ist Du kommst hier nicht mal irgendwo In die Bibliothek Oder siehst mal ein Bücherregal Wo du von einer Geschichte Alle Bänder hast Nein Ja ist doch okay Wie können wir dir helfen? Irgendwie Weiß nicht Heilung Ja Ich würde dir ja gerne helfen Aber ich glaube Das ist nicht möglich Kannst du wieder einpacken? Nein Tschüss Jetzt sei ruhig Beim besten Willen So Okay Gut Ich würde dir die Folge jetzt Es tut mir wirklich leid Aber ich muss mich ganz kurz um meinen Bautschi kümmern Deswegen würde ich jetzt hier Habt ihr diesen elenden Hexenraben Nesselfluch abgenommen? Ist das jetzt dein Ernst? Du bist jetzt extra mit uns hier rausgekommen Nur damit du uns das nochmal fragen kannst Und jetzt gehst du wieder rein? Willst du mich verarschen oder was? Och ne Also hier im Weißlauf sind die Leute irgendwie verrückt Da müssen wir uns echt doch nochmal zweimal überlegen Ob wir uns hier wirklich ein Haus kaufen wollen Naja meine guten Freunde Jedenfalls sind wir jetzt hier im Weißlauf angekommen Und in der nächsten Folge versuchen wir so schnell wie möglich Das nötige Gold zusammen zu bekommen Weil es wäre schon von großem Vorteil Jetzt kümmere ich mich erstmal ganz viel zu meinem Bautschi Damit er mal wieder ein bisschen zur Ruhe kommt Und vielleicht kriege ich auch das Insekt eingefangen Und kann es hier aus der Wohnung verscheuchen Jedenfalls danke dass ihr wieder eingeschaltet habt Und dann bis zum nächsten Mal Bei Skyrim Bei Skyrim Bei Skyrim Bei Skyrim Bei Skyrim